Er weiß offenbar, wie er die Frauen um den Finner wickelt. Im Sommer vergangenen Jahres hatten Lien Peen, 25, und Jericho, 35, ihre Trennung bekannt gegeben. Lange traute der Ex-Wandereck Leon Hati der Mutter seines Sohnes aber nicht hinterher, der Sänger turtelt aktuell mit Naomi Campbell, 48. Die Flirt-Nachrichten des Musikers scheinen das 23 Jahre ältere Supermodel schwer beeindruckt zu haben. Lien hingegen schwärmt derweil von etwas ganz anderem, der Sex mit seiner Auserwählten soll atemberaubend sein, nach den offensiven Flirt-Kommentaren bei Instagram folgten private Nachrichten und geheime Dead Nights in Ghana und vor wenigen Tagen wurden die zwei sogar gemeinsam bei einem Konzert in London erwischt. Während sich die beiden bei dem Event bedeckt hielten, soll es abseits der Kameras ganz anders aussehen. Liam denkt, dass sie unglaublich und wunderschön ist und hat gesagt, dass ihr Sex atemberaubend ist, verrät ein Insider gegenüber Sessan und Sande. Der 25-Jährige könne nicht glauben, wie glücklich er ist. Aber sieht seine vermeintliche Misses. Reit das auch genau so, Freunde des 4U-Interpreten zeigten sich im Interview mit der britischen Zeitung besorgt, sie fürchten, dass das Model-Lien bei lebendigem Leib verspeisen und ihn lediglich als Spielzeug betrachten könnte. Aus näher Miss-Sicht hilft es ihr mit Liam zusammen zu sein, um relevant und in den Nachrichten zu bleiben, schätzte eine Quelle die Tortelei zwischen den beiden ein. Schon im vergangenen Jahr hatte Naomi übrigens deutlich jüngere LaVar, auf Rapper Scepter, 36, folgte Witzkiet, 28. Liam ist noch einmal drei Jahre jünger. .